Hast du dich jemals einer Person gegenüber befunden, die in ihrer eigenen Welt zu leben scheint, in der sich alles nur um sie dreht? Hast du jemals mit jemandem zu tun gehabt, der trotz seines offensichtlichen Charms äußerst egozentrisch und manipulativ ist? Im heutigen Video werden wir gemeinsam das Verhalten und die Eigenschaften eines Narzissten erkunden, die es dir ermöglichen, ihn sofort zu erkennen. Du wirst lernen, Warnsignale zu identifizieren, um dich und deine Beziehungen vor möglichen Manipulationen und emotionalem Missbrauch zu schützen. Mit diesen Werkzeugen wirst du besser vorbereitet sein, dich zu verteidigen und deine emotionale Integrität gegenüber Individuen zu bewahren, die versuchen, dich zu dominieren und zu kontrollieren. Es ist wichtig, dass du dieses Video bis zum Ende ansiehst, denn du wirst genau erfahren, wie du manipulative Verhaltensweisen von Narzissten erkennst und dich davor schützt. Bevor wir anfangen, stelle sicher, dass du den Kanal Perlen der Weisheit abonnierst, um keine zukünftigen Videos über persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu verpassen. Jetzt beginnen wir! Es ist entscheidend, den Narzissten von Psychopathen und Soziopathen zu unterscheiden, da sie unterschiedliche Charaktere mit wichtigen Implikationen für Beziehungen darstellen. Ein Narzisst hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die durch ein übertriebenes Gefühl der Wichtigkeit, ein Bedürfnis nach Bewunderung und einen Mangel an Empathie gekennzeichnet ist. Er zeigt egozentrisches Verhalten und eine Obsession für Erfolg und Schönheit. Er manipuliert und nutzt andere für persönliche Vorteile aus, ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen. Unter der Oberfläche ist sein Selbstwertgefühl fragil und anfällig für Kritik und Misserfolge. Ein Psychopath zeigt antisoziales Verhalten, fehlt an Empathie und Reue, ist oft impulsiv und neigt zu kriminellen Handlungen. Ein Soziopath hat ähnliche Merkmale, aber seine antisozialen Tendenzen stammen aus schwierigen Lebenserfahrungen, anstatt aus einer angeborenen Veranlagung. Beide fehlen an Empathie, was zu ihrem antisozialen Verhalten und der Verletzung der Rechte anderer ohne Reue beiträgt. Narzissten sind auf sich selbst fokussiert. Sie haben Schwierigkeiten mit Empathie, aber nicht in dem Maße wie Psychopathen oder Soziopathen. Besessen von ihrem eigenen Image und der Wahrnehmung anderer, suchen sie nach Bewunderung und Aufmerksamkeit, indem sie ihre Fähigkeiten und Erfolge übertreiben. Ihr Selbstwertgefühl hängt von äußerer Anerkennung ab und sie können manipulieren, um ein idealisiertes Bild von sich selbst aufrecht zu erhalten. Wenn gesagt wird, dass jeder Psychopath ein Narzisst ist, bedeutet das, dass er oft narzisstische Züge wie ein übertriebenes Selbstwertgefühl und die Ausnutzung anderer ohne Reue zeigt. Allerdings ist nicht jeder Narzisst ein Psychopath. Viele Narzissten, obwohl sie eine grandiose Selbstsicht und wenig Empathie haben, gehen nicht in das Extrem des antisozialen Verhaltens, das Psychopathen kennzeichnet. Der durchschnittliche Narzisst hat nicht die emotionale Kälte, Aggressivität und Verachtung für soziale Regeln, die Psychopathen charakterisieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Narzissten zwar in Beziehungen problematisch sein können, weil sie auf sich selbst fokussiert sind, Psychopathen und Soziopathen jedoch eine größere Gefahr für die Gesellschaft darstellen, da ihnen Empathie fehlt und sie antisoziales Verhalten zeigen. Auf einen Narzissten zu treffen, kann destabilisieren und unserer emotionalen Gesundheit schaden. Aber wie können wir ihn erkennen, bevor er sich negativ auf unser Leben auswirkt? Hier sind neun Schlüsselsignale, die dir helfen, einen Narzissten zu identifizieren und dich vor seinen Manipulationen zu schützen. 1. Grandiosität Der Narzisst lebt in einer Welt, in der er sich als Überlegen gegenüber allen anderen wahrnimmt, oft seine Fähigkeiten und Erfolge übertreibend. Der Narzissmus manifestiert sich in einem übertriebenen Glauben an die eigene Wichtigkeit und Überlegenheit, was die Selbstwahrnehmung verzerrt. Der Narzisst sieht sich als außergewöhnliches Wesen, das für große Dinge bestimmt ist, oft weit entfernt von der Realität. Er kann glauben, der Beste in seinem Bereich zu sein, ohne über konkrete Fähigkeiten oder Erfolge zu verfügen. Er bläht oder erfindet Erfolge, um andere zu beeindrucken und sein Überlegenheitsgefühl aufrecht zu erhalten, indem er Fähigkeiten und Talente übertreibt, um sein Selbstwertgefühl zu stärken und Bewunderung zu erlangen. Diese Grandiosität führt dazu, dass er die Kompetenzen anderer abwertet und eine Blase der Selbstbeleuchtung aufrechterhält, die auf sich selbst fokussiert ist. 2. Bedürfnis nach Bewunderung Dies ist ein weiteres zentrales Merkmal des Narzissmus. Narzisstische Personen haben ein unstillbares Verlangen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und Lob und Komplimente von anderen zu erhalten. Für Narzissten ist die Bewunderung anderer entscheidend für ihr Selbstwertgefühl. Sie leben von externer Zustimmung und Anerkennung, ohne die sie sich leer und unsicher fühlen. Sie versuchen ständig, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, indem sie Gespräche monopolisieren, Erfolge übertreiben oder sich provokativ verhalten. Sie ignorieren andere, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und suchen immer neue Publikum, um ihre Grandiosität zu bestätigen. Sie sind sehr empfindlich gegenüber Kritik, die sie als verheerende Angriffe auf ihre Identität empfinden. 3. Mangel an Empathie Diese Eigenschaft impliziert eine wesentliche Unfähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen oder zu teilen. Es ist ein Defizit, das über die Schwierigkeit hinausgeht, sich emotional auf andere einzulassen und durch eine anhaltende Gleichgültigkeit gegenüber den Gedanken, Emotionen und Erfahrungen anderer gekennzeichnet ist. 4. Mangel an Empathie Sie erscheinen kalt oder distanziert, wenn jemand bedeutende Erfahrungen teilt und wechseln schnell das Thema, wenn das Gespräch nicht sie betrifft. Auch in Situationen, die eine emotionale Reaktion erfordern, bieten sie oberflächliche oder berechnende Reaktionen, um ihr Image aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel zeigen sie nur dann Interesse, wenn es ihnen einen unmittelbaren Vorteil bringt oder ihren Ruf verbessert. Sie ignorieren oder minimieren die Bedürfnisse anderer und setzen ihren Willen durch, ohne die Auswirkungen auf andere zu berücksichtigen. Dank ihrer Fähigkeit, Menschen zu lesen, ohne zu empathisieren, werden sie Experten in der Manipulation, indem sie die Schwächen anderer ausnutzen, um zu bekommen, was sie wollen. Dieser Mangel an Empathie macht Narzissten zu schwierigen Partnern, Freunden und Kollegen, da ihre Beziehungen mehr auf Zweckmäßigkeit und Manipulation als auf echtem emotionalem Austausch basieren. 4. Manipulation Dies ist ein grundlegendes Merkmal des narzisstischen Verhaltens, durch das der Narzisst Menschen als Werkzeuge benutzt, um seine eigenen Ziele zu erreichen. In dieser Dynamik werden Menschen zu Schachfiguren, um die Wünsche des Narzissten zu erfüllen, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Der Narzisst nutzt die Schwächen anderer aus, um persönliche Vorteile zu erlangen, indem er Taktiken wie Schmeichelei, Wahrheitsverzerrung oder Schuld- und Schamgefühle einsetzt. Diese Manipulationen sind oft subtil und die Opfer bemerken sie möglicherweise erst spät. Narzissten suchen emotionale Unterstützung, materielle Vorteile, sozialen Status oder ein Umfeld, das ihre Wahrnehmung von Überlegenheit widerspiegelt. Sie zeigen keine Reue für den verursachten Schaden und konzentrieren sich nur darauf, was sie wollen. Diese Manipulation untergräbt das Vertrauen und destabilisiert Beziehungen, wodurch die anderen erschöpft, verwirrt und verletzt zurückbleiben. Ohne Empathie sieht der Narzisst Menschen als Werkzeuge, die er benutzen und wegwerfen kann, was es schwierig macht, dauerhafte Bindungen aufzubauen. 5. Empfindlichkeit gegenüber Kritik Narzissten vertragen kaum irgendeine Form von Kritik, die sie als direkten Angriff auf ihr Überlegenheitsgefühl und ihr idealisiertes Image wahrnehmen. Diese Überempfindlichkeit ist in der Fragilität ihres Selbstwertgefühls verwurzelt. Trotz des scheinbaren Selbstvertrauens sind sie anfällig für jede Bedrohung ihrer Selbstwahrnehmung. Sie reagieren extrem auf Kritik, sehen sie als Angriff auf die Person. Wenn sie sich herabgesetzt fühlen, reagieren sie mit Wut, Verachtung oder Aggressivität, um ihr Image zu schützen und die negative Wahrnehmung zu minimieren. Sie brauchen ständige Bewunderung und interpretieren jedes negative Feedback als Ablehnung. Anstatt über die Kritik nachzudenken, versuchen sie, die negative Wahrnehmung durch Leugnung oder Angriff zu neutralisieren. Selbst harmlose Bemerkungen können als Beleidigungen wahrgenommen werden, was sie dazu veranlasst, sich zu isolieren oder sich mit Menschen zu umgeben, die sie schmeicheln. 6. Problematische Beziehungen Narzissten stehen oft im Mittelpunkt turbulenter Freundschaften und Liebesbeziehungen, da sie andere als Mittel für ihre Ziele sehen. Diese utilitaristische Sicht führt zu Konflikten und Missverständnissen. Der Narzisst bewertet Menschen nach ihrem Nutzen für seine Bedürfnisse oder seinen Status. Partner oder Freunde werden als Trophäen, Diener oder Publikum betrachtet. Erhält der Narzisst nicht die gewünschte Aufmerksamkeit, wird er kalt und kritisch. Beziehungen mit Narzissten sind einseitig, ohne Gegenseitigkeit und fokussieren sich auf ihn. Die Bedürfnisse anderer werden ignoriert, es sei denn, sie stimmen mit seinen überein. Freunde und Partner fühlen sich benutzt und unverstanden. Der Narzisst wechselt schnell von Idealisierung zur Abwertung, was zu turbulenten Beziehungen führt. Ohne Veränderung wird er diese Muster wiederholen, was gesunde und dauerhafte Beziehungen erschwert. 7. Oberflächlicher Charme ist typisch für Narzissten, die oft ein charismatisches Bild präsentieren, besonders zu Beginn einer Beziehung. Dieser Charme zielt darauf ab, Bewunderung zu erlangen und Menschen zu faszinieren. Narzissten nutzen ihr Aussehen, ihre Körpersprache und Gespräche geschickt, um Aufmerksamkeit und Respekt zu gewinnen. Ihr Charme ist jedoch nicht aufrichtig und dient der Manipulation. Mit der Zeit kann er verblassen, wenn die wahre Substanz fehlt. Menschen bemerken dann Diskrepanzen zwischen Worten und Taten des Narzissten. Der oberflächliche Charme verhindert oft dauerhafte Beziehungen. Wenn Narzissten keine Bewunderung mehr erhalten, verlieren sie das Interesse und suchen neue Eroberungen, wobei sie beschädigte Beziehungen hinterlassen. Bevor wir mit dem letzten und wichtigsten Punkt fortfahren, wenn du daran interessiert bist zu lernen, wie du alle Arten von gefährlichen Menschen um dich herum erkennst, sieh dir unser Video »Augenweit offen – Lerne, böse und falsche Menschen zu erkennen« an. Den Link findest du in der Beschreibung. Fahren wir fort. 8. Ausbeutung Ausbeutung ist eine gängige Praxis bei Narzissten, die Situationen und Menschen für ihre eigenen Vorteile nutzen, ohne Reue oder Schuldgefühle zu zeigen. Narzissten glauben, dass andere existieren, um ihren Interessen zu dienen. Sie nutzen systematisch Beziehungen als Werkzeuge für ihren eigenen Erfolg. Sie manipulieren skrupellos, lügen und täuschen, um zu bekommen, was sie wollen, und rationalisieren ihr Verhalten, als hätten sie Anspruch auf besondere Gefälligkeiten. Sie ignorieren den Schaden, den sie anrichten, und es fehlt ihnen an Empathie und Verantwortungsbewusstsein, was sie zu schwierigen Partnern, Freunden und Kollegen macht. Langfristig erodiert ihre Ausbeutung das Vertrauen und den Respekt anderer, was zu sozialer Isolation und zerbrochenen Beziehungen führt. Schließlich behandeln sie andere als Ressourcen, was Beziehungen und ihr eigenes Wohlbefinden schädigt. Um unser Video Augenweit offen, lerne, böse und falsche Menschen zu erkennen zu sehen, klicke jetzt oben rechts auf den Bildschirm. Wir sehen uns im nächsten Video.